Sehr geehrte Interessentinnen, sehr geehrte Interessenten, ich darf Sie zu einem kurzen Informationsvideo begrüßen für unsere Weiterbildungsstudienprogramme Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Kriminologie. Das ist einerseits ein akademisches Expertinnenprogramm, andererseits ein Master of Laws. Ich darf uns kurz vorstellen, wir sind das Department für Rechtswissenschaften und internationale Beziehung der Universität für Weiterbildung Krems. Unsere Universität ist eine öffentliche Universität mit dem Spezialauftrag Weiterbildung. Wir haben universitätsweit etwa 8000 Studierende, das Department für Rechtswissenschaften hat etwa 300 Studierende in etwa 15 Master, Bachelor und kürzeren Programmen. Ja, das Studium selbst, ich werde Ihnen in den nächsten Minuten das Studium vorstellen, den Aufbau des Studiums, den Ablauf, die Lehrinhalte und Ziele, die Zielgruppe, also wer sollte dieses Studium absolvieren, die Zulassungsvoraussetzungen. Dann werde ich Ihnen noch ein bisschen etwas über die Bewerbung selbst erzählen. Ja, die Studienprogramme, der Ablauf und der Aufbau. Das Lernformat ist entweder Präsenz oder Online-Lehre via Zoom. Wir möchten unsere Studienprogramme an der Universität für Weiterbildung möglichst studierendengerecht, möglichst studierbar gestalten, sodass es mit Beruf und Familie vereinbar ist. Und so kombinieren wir Online-Lehre, also Vorlesungen via Zoom, das ist eine Konferenzschaltung, wo Sie teilnehmen, an und für sich wie im Hörsaal, kombinieren mit Präsenzeinheiten in Krems. Es sind zwei Studienprogramme, die ich Ihnen vorstellen darf. Das eine ist ein akademisches Expertenprogramm, dauert drei Semester, berufsbegleitend, schließt mit dem akademischen Titel akademische Expertin, akademischer Experte ab und das LLM-Programm, ebenfalls berufsbegleitend, ein Master of Laws. Das akademische Expertinnenprogramm hat 60 ECTS-Punkte der LLM 90. Wir sind zwar eine öffentliche Universität, die Weiterbildung unterliegt aber Studiengebühren. Das akademische Expertenprogramm kostet eine Studiengebühr von 8.490 Euro, das LLM-Programm 11.900 Euro. Sie haben aber die Möglichkeit, das auf Raten, also eine Rate pro Semester zu bezahlen und Sie können die Studiengebühr bei Erfüllung der Voraussetzungen auch steuerlich absetzen. Der Beginn ist im Herbst 2024, also im Oktober dieses Jahres und die Unterrichtssprache ist Deutsch. Warum? Weil das österreichische Strafrecht in Österreich natürlich auf Deutsch angewendet wird. Sie haben also keine englischsprachigen Vorlesungen. Das Lehrziel ist eine Spezialisierung im so wichtigen Strafrecht, wiederum mit einem Fokus auf Wirtschaftsstrafrecht und Kriminologie. Es ist möglichst praxisorientiert, es ist ein sehr anwendungsorientiertes Studium. Die Lehrinhalte, die Semester 1 bis 3, werden mit den TeilnehmerInnen des akademischen Expertenprogramms und des LLM-Studiums gemeinsam absolviert. Sie bekommen, so sie kein JUS-Studium haben, eine Einführung in die Rechtswissenschaften, Grundlehren des Strafrechts, Kriminalitätsentwicklung, Kriminalitätsprävention. Die Kriminologie selbst, die an der Universität ja kaum gelehrt wird, der kommt eine besondere Rolle zu. Dann spezielle Lehrveranstaltungen zur Kriminalität und zur Kriminalitätsbekämpfung und natürlich das Sanktionenrecht. Weitere Inhalte betreffen den Strafvollzug, die Jugendkriminalität, Ermittlungsverfahren, aber auch die wirtschaftsrechtlichen Hintergründe. Wirtschaftskriminalität versteht man ja nur, wenn man den ökonomischen Hintergrund versteht und daher ist das Wirtschaftsrecht selbst auch ein wichtiges Thema, also Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, Bilanzrecht, Wirtschaftsstrafrecht und die immer bedeutendere Wirtschaftskriminalität und damit zusammenhängend auch die Cyberkriminalität. Die LLM-TeilnehmerInnen absolvieren dann darauf aufbauend noch ein viertes Semester, gehen hier teilweise ins internationale Recht, ins europäische Strafrecht. Die Europäische Union erlässt ja hier auch einiges an Verordnungen und Richtlinien und das Völkerstrafrecht. Dann gibt es ein Modul, ein Mutkord zum Strafrecht. Wir führen also ein Mutkord zu einem Strafverfahren durch. Wir begleiten sie beim rechtswissenschaftlichen Arbeiten. Hier haben wir Methodenveranstaltungen und schreiben dann natürlich, jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer muss eine Masterarbeit verfassen. Und dann haben wir im Umfang von sechs ECTS-Punkten Wahlfächer zu den Bereichen Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprävention. Wir veranstalten eine Auslandswoche an unserer Partneruniversität in der Tschechischen Republik, in Olmütz und Einführung und Analyse komplexer Systeme. Das ist also auch eine sehr interdisziplinäre Lehrveranstaltung. Die Zielgruppe sind AbsolventInnen von Hochschulen mit abgeschlossenem Studium jeglicher Studienrichtung. Also die Zielgruppe ist sehr breit, weil natürlich nicht nur JuristInnen und Juristen im Strafrecht und in der Kriminalitätsprävention tätig sind und Personen aus dem Berufsleben, natürlich Justiz, Polizei, öffentliche Sicherheit, Strafvollzug, BewährungshelferInnen und aus sozialen Berufen. Ja, ich habe Ihnen die Zulassungsvoraussetzungen hier noch einmal aufgeschrieben. Also Sie brauchen ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit mindestens 180 ECTS-Punkten, also im Wesentlichen ein Bakalariat oder eine allgemeine Universitätsreife bzw. Matura und zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung und bei fehlender Universitätsreife bzw. Matura brauchen Sie fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung. Das gilt aber bitte, ganz wichtig, schauen Sie auf die Überschrift nur für das akademische Expertenprogramm. Den LLM können Sie nur mit einem abgeschlossenen Studium studieren, etwa der Rechtswissenschaften, Sozialwirtschaftswissenschaften, Polizeiwissenschaften, Kriminologie und im Bereich des Strafvollzugs und einer zweijährigen Berufserfahrung. Die Bewerbung verläuft relativ einfach. Sie nehmen mit uns Kontakt auf, wir prüfen die Zulassungsvoraussetzungen, dann übermitteln Sie uns digital Ihre Bewerbungsunterlagen, wir prüfen diese, dann gibt es ein Aufnahmegespräch, das ist bitte keine Aufnahmeprüfung, sondern ein gegenseitiges Abtesten der Erwartungen und dann lassen wir sie zum Studium zu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen das gesamte Team natürlich telefonisch oder per E-Mail oder sonst zur Verfügung. Gleichzeitig darf ich Sie zu einer Online-Informationsveranstaltung live einladen, die im September stattfinden wird. Den Termin finden Sie auf dem angegebenen Link. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und sage Ihnen liebe Grüße aus Krems. Krems.